Es ist bald vorbei, zumindest das Schlimmste. Quarantäne. Ja, da kommt jetzt aber auch einiges auf uns zu. Jetzt müssen wir uns alle schön helfen, gell? Schön zusammenhalten. Ja. Nicht, dass die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer werden. Nicht, dass wir jetzt eine Zweiklassengesellschaft werden. Ein paar Werte. Ein paar Werte wären schlecht. Viele Werte, nur schlechter. Aber ein paar gute Werte, das wär's. Freunde, also wirklich, der Tod des Lebens. Der Tod des Lebens, das ist diese Krankheit, Coronavirus, ehrlich. Naja, morgen fahr ich ans Meer und das zeig ich euch. Die Teufel Die Teufel Die Teufel Vielen Dank.